Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knack aus dem rostigen Städtchen Erlenkbach im Wienerwald. Ich sitze wieder an meinem selbst persönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik, das eitle Kinderkram, das vielleicht irgendwann einmal das Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets eröffnen wird. Jawohl! Und ich habe euch was mitgebracht. Na, das, meine Freunde der Plasmusik, ist ein originalverpacktes DCL-Plex mit der Nummer T780H. Ein sauteures, geniales Smartphone und ich habe es nicht mehr ausgepackt. Nö, wisst ihr warum nicht? Weil ich es irgendwie bekommen habe, weil ich es so viel verkauft habe. und eigentlich brauche ich es nicht, denn ich habe ja schon von und zu überhaupt. Also, bleibt das Originalverpackt. Und das Tolle ist, es interessiert auch keine, es will keiner kommen. Wenn ihr Interesse habt an den DZL Blacks D780H, das hier Originalverpackt gezeigt wurde, dann schreibt mir bitte, ruft mich an, kauft es euch um 738.563 Euro. Ist es eures? Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Wahnsinn! Es ist das amerikanische Set. Es ist das von und zu Beste überhaupt. Es ist das Partsback. Partsback. Und ihr seht, ich habe keinem Kosten und Mühen gescheut. Keine! Alle 78 mitgelieferten Teile hier in einen kreativen, selbst konstruierten My Own Creations Set Element Dingsdi Bumsti aufzubauen. Ja! Ich sag's euch, so Teile würden wir uns heute wünschen. Also heute im Jahr 2020. Wir haben Technik Bricks in allen Längen. Also in 16 Noppen, in 8 Noppen, in 4 Noppen, in 2 Noppen. Wir haben graue Dübel. Grau, Freunde der Blasmusik. Nicht grün, türkis oder rosa. Grau. Wir haben zwei Girex, also diese schönen Steine mit diesen Zähnen oben drauf. Wir haben 4 ganz kleine Zahnräder. Wir haben ein Winkelzahnrad. Wir haben 4 mittelgroße Zahnräder. Und ein großes. Die sind super toll, diese großen Zahnräder. Mit denen kannst du so viele Sachen machen. Unglaublich! Und wir haben Technikplatten. Alles in einem Set. Und natürlich die Kolben, die klassischen Kardan-Elemente, Kehlköpfe, Achsstopper. Alles was wir brauchen. Es ist genial! Das letzte Mal habe ich es euch ein paar Teile davon mit dem Winkelgetriebe gezeigt. Und also im letzten Video, wo es um dieses Set gegangen ist. Also um das europäische dieses Sets. Und heute haben wir ja alles zusammengebaut für euch. Ist das nicht toll? Also ich finde das genial. Also solche Sets bräuchten wir heute. und noch dazu gelb. Hallo? Was willst du mehr als gelb? Ich räume es schon wieder weg. Was bleibt, liebe Freunde, der Blasmusik? Außer wehmütigen Rückblick auf gute alte Zeiten. Es bleibt die Hausübung. Finde heraus, warum der alte Knacker zugenommen hat. Ja! Vielleicht kommst du drauf. In diesem Sinne. Bis später. Bis dann. Bis irgendwann. Sicher. Im eitlen Kindergarten. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020